Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Splay League of Legends von Riot Games. Jetzt mal in Double Time, weil wir so gleich fertig sind. Gangprank als Trust449, Volkina Tristana wird gespielt von Peeb. Ich bin euer Seferat und er ist Müsona. Hallo, hallo, hallo. Astrea als Bewalker und Benightmare 77 ist unser Gast. Als Stand im Gegnerteam haben wir... Leave Me, T.A. Akalon, Raimstyle, NoLifeKing und Karouf. Wie folgt spielen... Mastihi, Nidalee, Xinsau, Pentakill, Yorick und Deep Terror Fresh. Das ist meine Version von schnell. Ich bleib halt bei vorgefertigten Mustern, die ich dann immer wieder durchkaue. Du und deine vorgefertigten Muster, das ist langweilig. Nein. Doch. Ähm, wenn ihr jetzt mal gleich kurz hört, dass losgeht, dann unos momentos por favor. Ich wollte gerade was im Internet nachgucken. Aha. Okay, Master Yates Rashed and Free. So. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Viel Spaß. Wir sind schon lange in den Erfurt gekommen. Ja, das werden wir. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Ey, ich komm gleich vorbei und die Respektschelle, Junge. Ja, die Respektschellen. Ich weiß immer noch nicht, was sie sagt. Es ist so blind, too. Keine Ahnung, ich spiel so selten so nah. Warum? Weil ich sie nicht so mag. Hm. Willkommen zum Summoner's Rift. Dam, dam, dam. Um. Oops. Oh, nein. Gott, cake. Keine Kommentare dazu. Nom, nom, nom. Stole my bake. Cake. Fuck, what? Other black people in the US. Nein, das schreibe ich jetzt nicht. Das ist racist. Ja, hier, ich bin schwarz, ich bin schornschreifeger. Oh, god. No black pro player. Ja, weil da auch zu viele Asiaten rumbrennen. Indeed. That's some mysterious. Mysterious shit. Bislang, wenn der Master hier so weitermacht und dann wird er penetriert. Wir müssen den auf den ersten 2, 3 Level so so. Ja, tun wir gerade eben. Der hat sich in Hip-Hot reingeschmissen und ist immer noch auf FTL. immer wenn er halt auch nur ein bisschen in die Nähe unserer Minions kommt. Ja, der will halt nicht farmen, der will töten. T-Lane da, die will kill zu haben. Rustana mit 10 CS gewinnt quasi das Game gerade. Ja. Schreibt man mit Z, aber egal. Oh. Ich weiß, dass man es eigentlich mit Z schreibt, aber... Die hat's ja verstanden. Ja. Egal, ich hab's dazu gemacht. Z-Zone. Ist ne Anspielung auf Zona. Ah! Ja. So nahmen wir ihn zu Tode. Genau. Jetzt hauelt Roads, baby. Unterm Tower kann ja auch nicht wirklich Sachen machen. Der Tower nimmt ihn gerade. Alles weg. Ohne Scheiß. Alles. Wenn unsere Solo-Rainer dann nicht verkacken. Ja. Kann man hier sogar überlegen, Sachen zu machen. Wir werden halt pushen zum Zone. Holla. Weil wenn wir die Minions halt unter den Tower kriegen, dann macht er wirklich die Null. Seine Heal-Auer sieht ja so hässlich aus, ne? Einfach nur so ne Textur, die an zwei, drei Ecken geknickt ist. Hä? Okay. Mein Taunt geht durch die Nidderly durch, aber es passiert nichts. Nichts. Ich hab' ihn für sie für die Null. Ich kenne sie für die Null. Und ich hab' ihn für die Null. Ich hab' ihn für die Null. olas olas ja olas also ich will hier nicht schießen wo ich will hier nur lang nur der schwarze hier der schwanschen empfehlen ich bin hier nur der bimbo der den rasen mädel genau grün bis der auch schon oder blau ist ja fast das gleiche ich gehe mal worden okay der kind you know say nicht also kriegst du da noch ein mystic shot rein kann seine kurz nicht was sollen wir sagen mit dem bisschen rumgelockt ich würde ja jetzt bot legen denken aber ich glaube nicht dass ich da so viel chancen habe mit deiner ulti könntest du dann reinkommen wenn ich zum beispiel taucht wo ich hatte noch nicht deswegen dass es mal sein okay das hat er getroffen we go in full retards I will do the same soon, as soon as you have minions there. Holla! Oh ja! Keine Hattingsing gesehen. Nope. Hm. Das hat es wieder fast Anwürfe gemacht. Was denn? Das, was wir gerade gemacht haben. Ach so, ja. Der kam halt aus dem Nirgendwo. Aber auch nur fast, weil wir hatten ja einen Assist mehr. Dadurch. Na, die Kids sind halt beide auf den Xim gegangen, ne? Ja, und bei uns beide auf Triss, oder? Oder hast du einen gekriegt? Nö. Also, die Carry ist noch nicht gefeatet. Von denen. Was die halt brauchen, um diese Lane irgendwie zu schaffen. Der Support hat halt auch keine Kills gekriegt. Ja, das ist halt blöd, das sind jetzt Kills halt. Aber so wild ist es ja jetzt auch nicht unbedingt. Okay. Ah ja, stimmt. Ich hätte Steckern hinten ready. So. Geht der Yi jetzt gerade wieder back oder haltet er sich? Ich glaube, er haltet sich ja. Geht der Yi, ist das wirklich zu Ende. Er ist eine Reaktion, die Zweckung von F&D zu werden. Ja, das war Kartenzellenton. Schade. All fine. Mhm. Wärst du nur verreckt, wär ich nicht gekommen. Moment, Moment, Moment. Oh, das war das Falsche. So herum. Ach, damn it. I bring pink, we do drag. Ja, Yi ist zwar gerade back, aber ist gleich wieder da, ne? Und so wie aggressiv der Dings da gerade reingegangen ist, kann sein, dass Dings in der Nähe ist. Der Schiff ist auf jeden Fall schon mal nicht geworden. Oh, Mitte! Ach. Keine Möglichkeit. Schade. Das Tanas war ein bisschen zu obvious. Pretty much, ja. Mach, mach dir, mach dir. Ja, okay. Nice. Oh, sie hat keine Mana. Mhm. Aber... Sie kriegt den... nicht mehr. Nein. Ulti, mana! Plus! Denied, würde ich mal sagen. Das ist nicht so eine gute Idee. Wie weicht die diesen Stunts aus? Es fehlen einfach zwei Pixeln. Oh. Juno, what the fuck? I just went for him one kill. Stopp, Lizzie. Mama? Das versteht eh keiner außer mir. Mama? Ich verstehe es auch nicht. Das ist einfach nur zeigen, wie der ihn geflamed. Wo ist er? Ja, ich mach meinen weg. Fuck you, sorry. Das ist sehr gefährlich, was wir da sind. Der. Luckily, he didn't grab. Ich brauche ihn nicht bekämpft. Wunder bewegt sich in Kreisen. Hä? Wo soll ich hingehen? Das verlierst du gerade. Oh, nice. Okay. Wie nimmst du den kill? Ja. Das hast du nix anbrennt, was du brauchst. Ich brauche auch mal ein bisschen was. Hey. Ich hab immer mein Jungle-Item, Mann. Ich mach mal hier. dass der Essen ein bisschen aufpasst. Ja, gut. Er hat reagiert. Die meisten tun es nämlich nicht mehr. Ja, das musste ich erst mal pingen, ne? Dann reagiert er auch. Er hat halt auch nix gesagt. Von wegen SS und so. Echt? Den hat er gekriegt. Alter, wie lucky. Gibt's nicht das eine Lied von Darth Bunt mit Lucky? Ich hab nicht mal gerealist, dass die den gemacht haben. Ich hab auch eher gedacht, die würden top gehen. Oh, wie ich das hasse. Well, there goes the blue buff. Ich muss halt nur eine halbe Sekunde nach mir den Eifer-Strike machen. Und der kommt aus meiner Ulti raus. Ja. Deswegen ist Jesus Trunk. Du kriegst den Wichser halt nicht tot. Ja doch, doch. Kriegt man ihn, aber. Du kriegst ihn nicht gepackt. So. Das wirst du nicht. Slows ignoriert das. Stunt Scanner. Deutschen. Damage an sich. Heilt er sich weg. Ja. Später macht mir mehr Schaden, als er heilen kann. Das dauert aber ne Weile. So. Auf den ersten. Fünf. So. Ein gelbter Level. Ist der ziemlich. Ach ja. Flash. Flash. Fliss. Ich flasche mich gegen die Wall, um es dem noch einfacher zu machen. Das Problem ist, der kann mich jederzeit kriegen, wenn er möchte. Er macht Alpha Strike und ist dann direkt im Raum. 10 von hinten. Ja, hab's in der Sekunde gesehen. Von meiner Meinung nach deiner Meinung nach. Klar war, dass du schon stirbst. Aber nein. Selbstverständlich. Klick halt auf die Bilder oben links. Das ist aber zu umständlich. Ja, dann musst du damit leben. Warum kann das nicht einfach ein bisschen besser gemacht sein? Du siehst ja sowieso im blauen Rahmen drumherum, wo du drauf klickst. Und hättest du kein Dings da, kein Smart Gas, dann wird's ja noch besser passieren. Dann würde ich drei mal so lange brauchen. Für allen Dingen das Klick. Cute. Cute ist, wie die gerade ihre Skill Shots verhauen. Das macht der Trash schon die ganze Zeit. Ja, und die Nidder auch. Ja, das ist cute. Ja, aber auch den Elf, für den Elf reicht's. Oh, Blakeshaft. Guck mal da. Gucken wir mal, ob die Fischen haben. Was? Ach Cue? Das ist mit nem LansmAnn. Was? Was? Wow! Du spielst gerade echt so ein bisschen. Was? Was? Cool, du spielst grad echt so ein bisschen. Und jetzt schiebt es wieder auf, lol. Wow. Ich habe gesmited, ich schwöre es dir. Du hast gesmited, du hast nur zu früh gesmited. Nein, das war sein Smite. Meiner ist nicht vom Cooldown. Warum auch immer. Nice dodge, Ezra. Schöne, wie die Geräuschkulisse ist, ey. Nö, den Tauk kriegt man nicht mehr, die Penne. Ja, Tosana. Nein, wir möchten da nicht rein. Interessant. Nein, wir möchten da nicht rein. Jetzt wollen wir da rein, weil sie sich jetzt gespitzelt haben. Aber du willst nicht rein, interessant. Ja, während ich allen Shit auf Cooldown habe, nicht unbedingt. Renne einfach hinterher. Ich habe gerade die Ulti abgekriegt. Also, wir stellen fest, lol, hast du mich heute. Oder du hast dich selber. Das Gegner-Team hast du nicht. Aber das ist ja normal. Irrelevant. Irrelevant. Das. Dieser. LOL. Ja, ich weiß nicht, was der es bringen soll. Okay, nehmen du ihn dir. Den hätte ich mir nehmen sollen. Dafür. Wir können den da machen. So einen Early Baron und so. Nö, wohl, ich will keiner. Aber man. Drago dann Early Baron. Boah, dann wäre es ja schon wieder zu spät. Für Early Baron muss man quasi den Teamfight neben ihm sein. Das geht das einfach nicht. Ein Fight-Fact waren wir jetzt nicht. Nee, wir standen daneben. Definierer weit weg. Wir waren nicht auf der Bot-Lane oder sowas. Sondern auf der Mitte. Ich sag ja, wir standen daneben. Also. Das müssen weit weg definieren, war so. Enemy-Core, Drago. Ich wusste, wer hätte nicht pushen sollen. Ha! Das war schlecht. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ich habe kein Geld und keinen Platz für Wards. Das ist auch kein Geld. Nope. Ganze 28 Kohle. Krass. Trist. She said it was obvious. Yeah. Ja. Die Menschheit. Crime to Humanity. Ich habe den jenen Jungle gesehen. Das war alles. Schau. Ja. ich will nach Hogwarts rennt alle von der schon fast toten Nidalee weg Oh my god, diese Hooks. Du bist da alleine. Diese Hooks von ihm. Geht er weg. Der Hook von ihm war godlike. Sehr schön. Die Nidalee lepte immer noch. Nein. Nein. Oh. I gonna die. Oh, wow. Oh. 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 ja ich bin dran ich hab wort schon kann ich nicht mehr worden gehen cool war er sie wert wollen sie den wenn ich dann nehme ich den jetzt auch mit der sie werde ist ein der war eben meint begreift hat nicht so alles was ihr habt möchte ich auch nicht mit reingehend mit meiner rutsch ja nur um die ecke und ins kassen rüscher schmeißen thank you die findet Ja, weil Tristana ist halt, warum Niedersperren ausweichen, ne? Ja, warum? Also da hatte ich fast genug Reaktionszeit, um rauszuschreiten. Oh mein Gott, Nieder, warum? Ah, Nieder, ja. Oh mein Gott, Tristana weigte sich so schwer aus. Genauso viel Zeit hatte ich. Um quasi zu realisieren und das auszudrücken. I don't think I can help this team in any kind of way. You can't help the helpless. Siehst, Maus. No, no, she's a cat, actually. Boah, Gangpling, mach den Wort nicht. Hey, mein Steckgerät bleibt aufgestehen, wenn ich auf Wats rumkloppe. Nice. Ich hab grad nicht die Willpower, um das vernünftig auszusprechen. Das vernünftig zu betonen. Sweet, Roof. Nee, ich will eine Hogwarts. Sag mir, wo Marm ist du schwamm? Sweet. Ein Bausparvertrag. Ja, Gangplank, dann hätten nichts müssen da hin. Ich habe bevor ich die Ulti machen kann. Pretty much fun. Right there. Ja. wenn man halt zu zweit oder zu dritt in vier reinrennen ist klar dass man dann ich bin im gang-winkelsager hergerannt auf den trash drauf aber natürlich muss er noch mal rein absolute wahnsinn das ist wahnsinn es gibt ja dieses lied es gibt es sieht dass das wahnsinn es gibt von diesem lied aber noch mix und dieser mix ist einfach genial weil man hört halt wenn da sagen das ist und dann kommt halt so ein typ beziehungsweise eine frau immer abwechselnd den total monotoner stimme sagen wahnsinn ich will jetzt abgehen so richtig feiern gehen das ist wahnsinn ist nur so geil don't over dann noch mehr geht der flame los ja ich hab grad keinen plan wovon geredet dachte man meinte jetzt gerade jemand nicht jetzt gerade sie waren da gerade alle und die wort sind gerade eben ausgelaufen sie ist nicht da aber wir können da ja mal vorbeischauen ja ich habe da gerade zwei war da auch gerade deswegen deswegen ich möchte nur ausdrücken dass er die nicht machen ich das gewusst habe deswegen ja gar nicht worden hingegangen genau deswegen scheinbar holho alles bekannte 100% bekannte 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 b ho c bekannte b damn gross das ist halt wenn die einen ganzen shit auf mich werfen dann passt das schon schaden ich bin in 16 sekunden erst da muss ich gleich wieder ein gtwp auf 2 raushauen ja wow esse wow esse ist nicht so als hätte man den treffen können jetzt hier bald noch fast daran bleibt mal lieber vor dem ja ich weiß ja nicht was sie da versucht hat ich habe doch mal das team von einmal abdullah galileo ist ja der oracle setzt den shit ja die wird halt eingeschmolzen wo ich da hin kommen kann also genug pinks auf dem baron haben wir halt geschmissen das hätte jeder begreifen das hätte nicht warum ihr auf den nieder darauf gegangen seid also ich habe zwei da unten gesehen ich weiß jetzt nicht welche zwei das waren aber ich war noch am bot lane am pushen da haben wir nicht so schnell hin tschüss es ist der einzige der mit der nieder nicht klarkommt ja die trifft ihren scheiß nicht ja der snowboard sich halt ich bin nicht weggerannt aber ich bin schon am besten ich komme da immer mit sich zehn nebenaus wow hast du das gehen da hinten ist ein nieder schwer gedocht ich bin stolz auf die Ja bei einem Archangel ich habe einfach einmal zu weit zur Seite zu laufen damit wir den Archangel nicht vom Coolen Front B Nod Nod WB natürlich warum wir in letzter zeit noch mal nicht renken 0 punkte ich habe minus 19 ja gut sagen wir mal nichts weiter zu 34 48 wer hätte es gewinnen können werde je am ende nicht auf wie viel 18 10 gewesen wenn ich vier squishy jahres gehabt hätten auch ja es wie in die tanks und es fehlte auch irgendwie der gruppe gut zwei gruppen ja ja genau da fehlten die die wie heißen die noch mal backstreet boys nein gruppe ist einfach gruppe ist stimmt gut ich hoffe es hat euch gefallen trotz alledem falls ja sie uns ja vielleicht bei anderen projekten wieder mit dabei war nightmare 77 alias mark wir haben gespielt league of legends and riot games bis denn und schau mit v sagt story jedes mal ja klar hallo ein schwein hallo